Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen Video und herzlich willkommen dementsprechend auch bei Born into Fear. Ja Leute, wir waren letztes Mal noch dabei, hier die, hier gucke, die letzte Bierflasche zu finden, denn wir haben mittlerweile nur 6, oder? Warte mal. Äh, hier jetzt. Ne. Hä? Mahan! Hey, warum steht da Task Completed? Warum steht da Task Completed? Wenn wir nur 6 von 7 Bierflaschen haben, das macht ja gar keinen Sinn. Äh? Check die nicht. Oh! Warum haben wir auf einmal 7, hä? Ich habe einen Goldster eingesammelt. Hatte ich die ganze Zeit, äh... Alter, hab ich gerade erschrocken. 108 müssen wir. Oder wir gehen erst mal hier rüber, glaube ich. Alter, hab ich gerade erschrocken. Junge, auf einmal steht die Puppe da. Wo war denn die letzte Bierflasche? Also, wo haben wir die denn eingesammelt? Äh! Mach erst mal das Tier zu, bitte. Du bist hässlich. Ich sprühe dich voll. Oh, ich bin gerade erschrocken. Ey, Junge, wo haben wir die... Warum die letzte Bierflasche auf einmal? Also, die siebte. Pickup, denn. Pickup-Item. Kann man irgendwie hier diese Scheiße weglegen? Dieses Putzmittel da, was ich habe? One of the Golds da. Ja, das müssen wir jetzt bei ihm ausmachen. Ist mir bewusst, aber... Kann ich irgendwie... Ah! Danke! Äh, wo fangen wir am besten mal an? Was ist denn unsere Aufgabe? Wieso habe ich das Gefühl, dass gleich wieder irgendwo eine Fresse kommt, die mich hier gleich wieder... Ja, Flasche. Interact, look. Targets were watching a moving living room. Blablabla. Ja, kann ich mir sparen. Wir speichern hier einmal. Pickup-Item. Was muss man denn hier machen? Warum... Was muss man denn hier machen? Habe ich irgendwo wieder so eine Aufgabe oder sowas? So ein Auf... Ach, hier. Collect food for the picnic basket. Hallo? Eins von acht erst? Erzähle nicht. Oh, Keller sind immer sympathisch. Ja, Keller mag ich. Wieso habe ich irgendwie... Ey, hier ist der Strom wie ein Phasmophobia. Ähm... Na gut. Irgendwie nicht so, ne? Warum ist das hier so komisch? Wo haben wir denn noch was zu essen? Ich glaube nicht im Keller. Ach, natürlich. Logisch. Ja. Natürlich. Hier gehe ich gerne lang. Da entsteht ne Puppe. Ich glaube ich gehe jetzt erstmal doch nicht lang. Ich will erstmal das Haus abklappern. Ach, das ist ein unterirdischer Tunnel. Oder was? Wo man... Also Verbindungen zu anderen Häusern hat. Good morning. Good morning and morning. Hallo. Wir gehen mal hoch. Morgen. Ein Origami. Hier haben wir noch ein Pickup-Item. Moin. Kann ich dir irgendwie helfen? I don't know. I just don't get it. Perfekt. Junge, warum liegt hier überall Essen rum, alter? Hier liegt einfach ne Wurst rum. What do you do, Knopf, baby? So, wie viel haben wir jetzt? Drei, acht. Ach, man muss mehr mal... Man muss mehrmals klicken. Hup! Ruhe! Geben wir den Sternen? Ich hab einen Stern, du nicht. So, jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt unten lang? Oder gehen wir erstmal hier rüber ins Haus 109? Wir gehen erstmal rüber ins Haus 109. Das heißt, ich muss von mir aus gesehen, ich komme raus nach links. Wo sind die Puppen? Da drüben ist dieses Puppenvieh jetzt. Oh, die nervt. Alter, wo sind wir denn jetzt? Ah, guck mal, hier gehen die hier mal weg. Wo sind wir denn jetzt, bitte? Was ist das denn jetzt für ne Bude? Wir safen mal den Process. Was ist das? Ich hab einen Robert. Come to finish the job, have you? No, no, I'm not here to kill you. Not all... Was? Nein, nein, ich bin nicht hier. Kill you. I'm trying to... Ja gut, ich kann nur eins anklicken. Journal Entry House 109 updated. Okay. Jetzt war keine Ahnung. Required Item, not an interior package collected. Oh mein Gott. Roberto. Wer ist Roberto? Ist das diese komische Kugel? Roberto! So, was müssen wir jetzt machen? Hier haben wir wieder ein Origami. Warum steht da ne Puppe? Kann ich Ihnen helfen? Hallo? Du scheiße. Send him the money, please. Die Puppe macht mich irgendwie nervös. Send him the money, please. Was für money? Ah! Hier, ich hab money gefunden für dich. Ah, hier ist auch noch mehr Geld. Ich bin reich. Ich bin jetzt multimillionär. Ich kann nach Hause. Hier liegt auch noch money. Da liegt überall money rum, Alter. Muuu! Money, money, money. Money, money, money. I have the money. Money, money, money. So, meine Damen und Herren. Hat Spuck... Oh, Junge, die Puppe, Alter. Mach mich nicht nervös. Noch irgendwo money? Nö. Ich glaub, das war's schon, oder? War's das schon? Package collect. 4 out of 5. Uns fehlt noch einmal money. Wo ist denn das letzte Mal money? Hinten ist money. Huuu! Ach, Digger. Alter, hör mal auf. Was guckst du, Alter? Was guckst du? Hä? Oh mein Gott. Was? Inside the Mailbox? Was für eine Mailbox? Ja. Bitteschön. Was? Send him money, please. Was für eine Mailbox? Hä? Bin ich blöder? Ich weiß nicht, was er meint. Was ist eine Mailbox? Ein Briefkasten? Ne. Was ist eine Mailbox? Ich weiß nicht, was eine Mailbox ist. Wo muss das denn jetzt hin? Hier hin? Money Package. Ähm. Ähm. Hallo? Ich backe hier fest. Hä? Was soll das? Ich backe hier fest? Lol! Warum? Ach, ja. Es ist schön. Ich backe hier am Tisch fest. Cool. Nee, es ist schön. Es ist schön. Ja, Freunde. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich neu geladen habe. So, Friends der Sonne. Herzlich willkommen zurück. Ähm. Ja, okay. Wir müssen jetzt mit dem hier sprechen. Schön. Äh. Also, es ist echt nervig, dass wir jetzt hier nochmal alles machen müssen, finde ich. Also, wir müssen jetzt quasi nur das. Geld einsammeln. Hier, die Puppen machen mich maximal nervös, Alter. Money moved from inventory. I should put up this inside the mailbox. I should put up this in den Briefkasten oder was. Wo ist denn die Puppe überhaupt? Wo ist die? Hallo? Was für eine Mailbox? Ich bin so nervös. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Send him money, please. Vielleicht hätte ich mir das mal durchlesen müssen, was der sagt. Steht hier noch irgendwas? Your dad called few minutes ago asking if you can send more money this month. Manuel was trucked by mob crossing the road and had to be rushed to the hospital. His bill were pretty. Okay. Was heißt das jetzt? Haben wir jetzt das Haus fertig? Nö. Optional Haus track sprawl. Ich glaube, ich gehe das mal da rüber in das andere Haus. Ach, na mein. Oder auch nicht. Soll ich das im Briefkasten tun? Tatsächlich. Ich sollte das tatsächlich in den Briefkasten tun, was? Hä, nee. Steht immer noch raus, 109. Ich hoffe, es hört sich in den Briefkasten. Jetzt haben wir es, glaube ich, ne? Ja. What the fuck, Alter? Was machst du? Komm her, Alter. Oh ja. Oh yeah, Baby. Jetzt habe ich dich aber da hoch. Ich habe will. Hallöchen. Tschüss. Ähm. Gut. Da drüben kommen wir anscheinend erstmal jetzt nicht hin. Außer, sie geht jetzt da ganz hinter. Dann könnt ihr es mal probieren. Ein zu steppen ein Haus möchte ich gerne noch machen, bevor wir die Folge beenden. Guck mal, dann haben wir schon hinten den Bereich abgedingst. Dann können wir hier vorne müssen wir noch rein ins Haus 102. Was macht die Puppe? Nein. Nein. Ich dachte, die kommt hier rein. Oh mein Gott. Was macht die denn? Digga, was wird... Immer schön dehnen. Verpiss dich. Okay, wir sind jetzt erstmal hier. Wir sind jetzt erstmal wieder hier im Haus 111. Lasst uns mal hier im Haus 102 vorbeischauen. Oh, die Puppen sind maximal strange. Ich weiß nicht, ob ihr mich kriegen könnt, die Puppen. Ich renne jetzt einfach. Ich laufe jetzt einfach. Nein. Lauf bitte so schnell, wie du kannst. Ah ne. Oh, ich dachte, die kommt, die Puppe. Haus 102. Servus. Soll ich wieder putzen, ja? Guck mal hier. Guck mal, was ich kann. Ich putze dich voll. Putz her. Share. Ach, ich muss jetzt hier umräumen. Okay. Wo ist unser Aufgabenziel? Aufgaben, Missionsziel. Dingsbums, hier. 0 von 8 komplett. Putz, share, spec. Ja, wo geht denn? Ach so. Ach so. Ich muss sozusagen die Tüche einfach wieder richtig, äh, die Tüche wahrscheinlich, Tüche. Stühle richtig stellen. Easy. Ich bin hier der Möbel, ich bin hier der Umbauer. Huch! Meine Leid ist frei nach dem, die ich nicht schütze. Diese scheiß Puppe! Sorry, ich hab den Ketchup runtergeschmissen. Ich wollte mir was zu essen machen, ich hatte Hunger. Entschuldigung, komm nicht wieder vor. Oh, diese Puppen, Alter. Ach so, da kann ich die Winebottle reinstellen. Ach so, das ist auch eine Aufgabe, okay. Winebottle. Save erstmal, save record. Hier ist der Keller, der Keller von ehemersympathisch. Winebottle. Oh, hier ist ein Boxsack. Bum, bum, bum. Da kann man mal boxen gehen, ja. Ja, guck mal, hier ist wieder so ein Dings. Hier ist wieder so ein Durchgang. Man kann wirklich den unterirdischen Tunnel nutzen, aber die Frage ist, macht das Sinn? Macht das Sinn, ist die Frage. Weil da sind ja auch überall Viecher. Oder halt Puppen oder was auch immer. Ja, Freunde, wir machen jetzt das Haus noch fertig und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, ne? Weil wir wollen ja hier, genau, wollen ja gut durchkommen quasi. Haben wir hier noch irgendwas? Hier haben wir noch ein Möbelstück. Ne, doch nicht. Hä? Das bleibt alles so, wie es ist. Da wird sich nichts dran geändert. Hier oben auch? Ach, nö, Digga. Wo muss ich denn überall hin? Ist das? Ich hab einen Stuhl. Ich klau den. Der muss dorthin. So, haben wir hier oben noch irgendwas Spannendes. Hier ist eine Notiz. I hate, I hate, I hate, I hate the bitch, Severtree's Olivia again, she'll grill, miss mom. Es tut mir doch leid, es tut mir doch leid, es tut mir doch leid. Warte mal. Was ist hier hinter? Nix. Okay, okay, Leute, dann haben wir das auch schon mal geschafft, wo sind die restlichen Stühle? Hier nicht. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Oh, da ist wieder so eine Kugel. Ich mach einfach immer das hier. Ich mach einfach immer das hier. Boah, hier ist noch der letzte Stuhl. Aber jetzt kommt die Puppe wieder und quatsch mich voll. Ja, ich wusste es. Danke für den Stamm erstmal. Ja, ja, alles gut. Ich bin erstmal noch dabei, hier noch ein Buch zu finden, weil ich würd gern hier jede Aufgabe lösen wollen, wo auch immer dieses scheiß Buch ist. Ich weiß nicht mal, was für ein Buch, aber, ja. Hier ist ein Magazin. Hier sind Bücher, aber hier ist auch kein Buch, was wir brauchen. Please find that book. Ich glaub, ich muss mir wirklich die Texte mal durchlesen, damit ich weiß, worum es geht. Hier ist ein Buch. Ich hab ein Buch gefunden. Ich hab's, bitteschön. Have the others too, please. Nice. Jetzt haben wir jede Aufgabe hier in dem Haus geschafft. Dementsprechend safen wir mal unseren Record. Und ich würd sagen, jetzt haben wir das Haus auch fertig. Wir versuchen nächstes Mal ins Haus 108 noch zu kommen. Und das wird, oder dann halt die linke Seite am abfrühstücken, mal gucken. Äh, ja, ich würd sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst auf jeden Fall eine Bewerbung da, abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.